So Leute, jetzt zum Löwe Hochtöner Von HBAS Helligstein in Ungarn Leider steht nicht drauf wie viel Watt das hat, sondern nur hier oben Aber ich schätze mal zwischen 10 und 20 Watt All I thought I was right So now the light deep inside of me Was the light to carry by what I used to be Now I find away from me Also Lautstärke besitzt der Hochtöner So, jetzt bis zum nächsten Video